Hallo meine lieben Angelfreunde, willkommen zu einem weiteren kleinen Guide Video von mir zu Fischer Online. Ich befinde mich mittlerweile am Fluss Petschora in Russland und es geht, wie ihr es im Hintergrund seht, um die Kruppe. Ich vermute, dass ich hier den richtigen Spot gefunden habe. Allerdings muss ich dazu sagen, ich habe die Kruppe nur nachts gefangen. Das heißt, tagsüber beißen die nicht wirklich. Da habe ich dann eher so etwas wie eine kleine sibirische Brasse mal dran oder Zobel. Allerdings hat es hier gut geklappt mit dem Kruppen. Wenn wir hier mal genau gucken, haben wir insgesamt sechs Stück gefangen. Und zwar mit folgendem Setup. Wir stehen hier bei 215, 166. Das ist gar nicht so weit weg. Ihr lauft von hier hier rüber. Hier vorne könnt ihr auch die Stints fangen. So, ich habe mich dann hier hingestellt. Habe ich so ein bisschen schräg rausgeworfen in den 4 Meter Bereich oder 3 bis 4 Meter Bereich. Und da haben dann die Kruppen gebissen. Und zwar mit folgendem Setup. Ich muss noch gucken. Ja genau, das hier war es. Ist eigentlich recht simpel. Theoretisch würde auch eine 3 Kilo Angel reichen. Ich habe also sicher die PKP genommen, weil die habe ich mir neu zugelegt. So, also hier mit dem Setup. Futter Spirale drauf. Vorfach. Ja, habe ich ja mittlerweile immer drauf. Bei Grundkunden sowieso. Nuller Haken und der Blutwurm und fertige Futterbälle. Und das Ganze eigentlich dreimal. Alternativ, wie ihr ja hier gesehen habt, hier die Kruppe, habe ich hier auch 3 Stück mit dem Kunstwurm da gefangen. Und der sieht dann folgendermaßen aus. Statt einem Mainzer Haken nehmt ihr Nuller Haken und daneben Silikonwurm M0. Und auch die fertigen Futterbälle. Ja, das war eigentlich schon alles zu meinem Setup. Und wie gesagt, hier habe ich sie nachts gefangen. 6 Stück recht kurz hintereinander. Und ja, in diesem Sinne meine Freunde. Das war es schon von mir mit meinem kleinen Guide Video. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Und ja, da bedanke ich mich recht herzlich fürs Einschalten. Und sage bis zum nächsten Mal. See ya!